Hauptsache ich habe auch Gänsehaut und ich kenne die Szenen ja schon. Siehst du, das ist Unfake. Wieso, du kannst auch und du hast doch ein PewDieBey geguckt. Ja. Muss ich mal gucken, wie ich hier verdammt nochmal einen Screenshot mache. Kann nicht so schwer sein. Einzimmer raus und nach links, Mikrofon 81, Campcode 1, Aus, Benutzen, Rennen. Ah. Gar nicht, nehm ich. Vielleicht macht das automatisch. Halleluja, halt die Flut, das Warten hat endlich, ne, hat sich endlich gelohnt. Kostet mich das auch Energie, wenn ich so durch gucke? Ja. Echt jetzt? Ja. Deswegen ja. Was denn? Du musst gucken, ob es blinkt ab dem Boden. Vielleicht ist es in der Butter. Gott! Wie, das Licht auch erstmal flackert, ne? Ja, von der Kamera, wenn du nachladen musst. Tun die Treppe nicht hoch. Oh, nee. Ja? Ja? Kannst du deine scheiß Batterie nicht nacken? Bis zum letzten Akkustrich. Und wenn dich was angreift, siehst du nicht, weil die Dings auf ist. Ach, die greift mir nicht dran. Nee. Siehst du, du brauchst die Kamera, wenn man siehst auf sowas. Stimmt. Na gut, dann. Ja gut, jetzt würde ich sie anmachen. Man sieht halt natürlich den scheiß Nebel, ne? Kann mich auch übelst gut umdrehen, weil die scheiß Statur sind. Willst du auch das hier haben? Nee, passt schon. Oh Gott, da redet was. Oh, was ist das? Du musst dich verstecken, Penny. Da musst du dich verstecken. Die kommt von da. Du musst dich irgendwo jetzt... Schnell, schnell, schnell. Du weißt also, was passiert? Ja, ich weiß, dass sie kommt und du musst dich irgendwo verstecken. Hallo. Ich seh auch nichts, ne? Ich seh auch nichts, ne? Da löschtet was, das brauchen wir auch. Die sind total lang am Hausgang. Hier müssen wir es wahrscheinlich erst sehen. Oh, jetzt kommt... Ich wollte sie hier irgendwo sterben. Sie kommt von da. Das klingt aber so, als würde sie von da hinten links aus der Hütte irgendwas rumladen. Hallo, was soll ich dir sagen, wie PewDiePie das gemacht hat? Hallo! Wer hat das denn PewDiePie gemacht? Guck mal, es guckt dir keiner mehr zu. Doch, bei YouTube 2. Die Hauptfälle stehen von der Nation der Sonne. Alter! Ja, weil ich nämlich aufstehen sollte. Ich bin nämlich gekrochen, damit sie mich nicht hört. Na, ich spiel gar nicht, aber ich kann gute Ratschläge geben. Das ist mein Job hier! Nehmen Sie auf den Controller, Maria, und spiel weiter. Nein, ich kann nicht. Der erste Teil war viel einfacher. Soll ich jetzt die Batterie aufgenommen, ne? Ich kann das auch nicht, wenn sie mir Scheiße ins Ohr flüstert, ne? Das hat doch gar nichts. Ne, giii! Wow! Mach so schnell die Alter aus. Wollen wir mich hier in der Versteckung? Wollen wir noch nicht ausgelöst werden? Wollen wir den Wind um zu Höhe nach der Erde? Wollen wir die Wind um zu Höhe nach der Erde? Wie habt ihr mich denn schon wieder gesehen? Ich saß doch hinter dem Fass. Was ist das denn? Ja, eine gute Frage. Wir werden hier noch einige komische Charaktere sehen, glaube ich. So, wer hat das denn PewDiePie gemacht, ha? Er hat sie ausgelöst und hat sich hinter dem Fell versteckt. Ja. Weil ich jetzt genau sagen könnte, wann sie sie auslöst. Ich habe sie nicht gesehen. Hat sie irgendjemand gesehen? Scheiße. Sieht eigentlich gut. Ich werde, sie kommt jetzt von der Ecke. Hallo. Soll ich mal klopfen? Das ist ja doof. Kommt sie jetzt wieder? Du weißt sie noch nicht, ne? Aber sie kommt gleich wieder, das weiß ich. Ich habe die Stelle auch schon gesehen. Weißt du, was du machen musst? Du musst ganz schnell in die Scheune kriegen. Warum spielst du denn nicht? Warum spielst du denn nicht? Da musst du reinfließen, kriege ich doch ein bisschen. Warum spielst du denn nicht selber, wenn du weißt, wo was passiert? Das ist doch viel einfacher, wenn du das machst. Ich sage dir einfach, wo du lang wirst. Da nehme ich die Kette. Ach, echt? Und das musst du jetzt noch vorne ziehen. Nimm die Kontrolle und spiel. Okay, dann bin ich leise. Du weißt ja was. Nimm die Kontrolle und spielst du. Ah, wirst du. Wahrscheinlich muss ich noch hochklettern, ne? Äh, wohin denn? Du kannst mich da Hello Kitty auf der... Süßigkeiten und spielst du. Naja, selbst das wird dir wahrscheinlich zu viel sein. Nicht fein? Nein. Weil du es mal nicht befreitest, kann ich auch spielen. Was hast du denn da siebenmal durchgespielt oder so? Mensch, hättest du es nicht gesagt, hätte es keiner gewusst. Ja. Ja. Was ist denn das? Die Bibel? Ja. Interessiert doch keinen. Hauptsache, ich kann im Griechen die scheiß... Kamera... ...vor sie... ...flinte nehmen. Ich glaube, jetzt weiß ich auch schon, was passiert. Also, sie wäre wirklich eiskalt von hinten gekommen, ne? Hmm. Hm. God... Oh, Jesus! Oh! Then you'll have him. Hey! Grüßtet! God wants me dead? Okay! Wäre ich da, nicht würd mich einfach umdrehen. Das wäre in Misery garan. Vielleicht schleicht ihn auch aufs Gebäude rum, ne? Ja, die Taschenlampe können wir natürlich nicht nehmen, wäre auch viel zu einfach. Wir müssen die ganze Zeit mit diesem scheiß Nachtlicht durch die Gegend eiern. Gott sei Dank habe ich die Folge genannt, meine Freundin versus Outlaws 2. 10 Minuten später, ich kann nicht. Du kannst das ja noch umbenennen, oder nicht? Meine Freundin oder auch nicht. Versus Outlaws 2, oder gar nicht. Ich glaube, wenn sie mich alleine spielen lassen, hätte ich nicht so reingeschnitten. Dann spiel doch jetzt einfach kurz weiter. Nein, weil ich nicht kann. Ich bin doch bei dir. Ich finde das viel schlimmer als den ersten Teil. Der erste Teil, der war nicht gleich, dass es gleich los ging. Da bin ich erstmal rein, ganz ruhig. Hab mir das ein bisschen angeguckt. Und dann... Was ist jetzt eine Herausforderung? Nein. Da unten steht das, was er sagt. Bei W und T. Was ist denn schon wieder die scheiß Batterie alle? Siehst du, und das regt mich auch im Witz auf. Das war am ersten Teil nicht so schmuck. Ich kann abschließen. Aber nicht abschließen. Ich kann nicht aufmachen. Wieso? Ach, bewege dich wegwärts. Hallo! Nein, ich hab mich nicht erschrocken. Mein Herz hat nicht so... Oh! Der hätte ich... Unidex-Kamera hätte ich den... Äh, mit der Kamera hab ich den gar nicht gesehen. Die Frage ist, darfst ihr uns sehen? Und zwar bei der Steuerung. Dass er sich gleich hinhockt. Ging das hier nicht irgendwie fest? Hocke, da stand's noch. Ja, aber irgendwo hab ich doch gelesen, dass er sich normal hinsetzt. Hocke ein, aus. Wo, 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 wo. Ah. Siehst du, meine Hände? Ich zitter voll. Tja, das hat aber der Stream nicht gesehen. Niemand wird dir glauben. Ach, den ja, ich weiß. Ich bin doch. Geht's dir durch? Ja. Aber da... Oh, so ist es nicht gleich. Ich bin doch sicher. Ich kann mich hier verstecken. Hm. Ich bin Kai aus der Kiste und das Krümelmonster in der Mülltonne. Hallo. Oh, ja, ich hab ihn gesehen. Als ob er dich jetzt nicht gesehen hat, so langsam wie du in die Tunnel gestiegen bist. Ich trau mich auch gar nicht rauszuspälen, ne? Ach, hier, guck mal. Das ist doch. Nein. Oh Gott. Aber der ist doch da hinten irgendwo. Ja, der ist einmal in seinem Haus. Wer steht da? Gut da. Hallo. Komm wieder hin. Was sind wir überhaupt drin? Das ist doch so. Ich geh in die Toilette, ja. Ich bin nicht. Ist das hohes Gras genug? Nein. Keine Ahnung, Nadja. Ich weiß nicht mal, wo wir jetzt sind. Ich stelle die Kamera daheim und außen mal. Wir sind beim Haus. Nein. Genau. Ganz schön. Ganz schön. Siehst du das gar nicht. Ich will Strom sparen. Ich versteck wieder hin. Ich versteck wieder hin. Geil, wenn die Kamera auch nicht fokust, ne? Ja. Hier ist noch irgendwas. Eiermaler. Oh, fuck. Da waren wir. Da war wieder nicht raus. Vor allem sieht man nur still. Mhm. In den Spinden hat man nämlich nur was gesehen. Was ist denn das eigentlich? Ein Zuschauer. Auf YouTube. Ach, kennst du mich? Kann ich nicht mehr. Kennst du da irgendjemand außer John? Ne. Jetzt noch nicht. Also kennst du John auch nicht? Also John ist öfters mal dabei, wenn ich zocke. Ich sehe nichts. Kennst du ihn persönlich? Nee. Ich wette, er sitzt vorm Schrank. Was? Da hinten ist er. Keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich glaub du musst da lang. wo das Licht ist. Er hat einen Hammer in der Hand. Mhm. So... Das hat... Bis jetzt hast du noch nichts weiter verpasst, Akaia. Wir sind noch nicht gestorben. Außer du hast sie davor die Hammer alle gesehen. Was ist denn? Nein. Also du könntest jetzt auch stehen und einfach da lang bleiben. Warum sind denn da welche? Geflashbanked. Oh ja, die müssen jetzt mal sehen. Oh ja, die müssen jetzt mal sehen. Oh ja, die müssen jetzt mal sehen. Warum müssen wir jetzt mal sehen? Warum müssen wir jetzt mal sehen? Was? Was? Du weißt, was ich sagen würde? Was? Gott sagte es auf den Schaden. Ich bin, was ich bin und das ist alles, was es gibt. Wir stehen in der Position des Antichristen. Hast du mich jetzt nicht? Möchtest du nicht nochmal weiter spielen? Ja. Du schaffst das. Ey, mach doch mal auf hier! Ich habe nicht. Wollt. Oh nein. Habe ich mitsch gekriegt, dass sie unsere Frau opfern wollen, oder? Ja, deswegen, ja, weil ich jetzt nicht mehr so lange bin. Ich muss nicht mehr weinen. Tatsächlich da hängen? Wann war das nicht zu Ende? Lassen wir sie einfach verlegen. Ich hab keine Ahnung, ob wir jetzt hier... Ob waren die die schon? Ich glaube, so schnell geht's nicht, oder? Wir haben ja auch nicht so lange gebraucht. Also ein bisschen haben wir schon gebraucht. Also so scheiße ist das mit dem Tool, oder nicht? Das ist eigentlich immer einfacher, finde ich. Na, aber man muss sich nicht zurückbewegen, um das aufzunehmen. Hm, das klingt nachher eine richtige... Hey, Dude! Was ist denn da los mit den Leuten? Ist da hinten noch was? Oh ja. Oh ja. Ad inferipe aspera oder so. Klingt... Klingt Latein. Warum versperren die Leute ein? Das Spiel ist schlimmer als Resident Evil 7. Ja, ist es. Zumal man hier auch keine Waffen hat. Oh, kann man hier durchkretten? Kann da durch, oder? Die Frage ist, da geht's nicht runter, oder? Doch, du brauchst keine Waffen. Das ist richtig! Mit dem Antichrist! Paul, da du Papa Knutzt Ohr hast, bitte ich dich, ihm eine schreckliche Geschichte zu erzählen, an der... Möchtest du vorlesen? Möchtest du Mutter von Harland! Möchtest du vorlesen? Warum nicht? Die Leute interessiert doch die Geschichte, denke ich. Guck mal. Kannst du mich auf... Ah, genau das Zeug nicht. Man muss ja hier alles absuchen, damit man hier irgendwas findet. Kann man den hier einfach raus... Hä, war der nicht gerade einer? Mhm... Der ist da. Da. Oh. Ist er gerade gestorben? Kann sein. Ist egal. Das interessiert sie mich. So... Hey, helpp- Help! Ha 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 ha. Ja, helpp mich. We're apart, hm? We're apart. We're apart. We're apart. I've got everything set. Untertitelung des ZDF, 2020